hallo und herzlich willkommen liebe leute tp gaming ja wir sind mal wieder in der heimat südlichen bayerischen wir sind in münchen und habe hier ein schedule von pk mega hat er mir programmiert also vielen dank pk und ja denke mal knappe stunde haben wir schon mal ordentlich was zu tun er hat da wieder reichlich zusammen gebastelt ich hoffe es wird euch gefallen ja zeigen wir mal ganz kurz wie das ganze hier aussieht wie ihr wisst hat münchen zwei landebahnen 26 links 26 rechts oder eben halt von anderen seite acht links und acht rechts aber wir benutzen wieder von rechts nach links wie ist der wind fünf knoten also nichts besonderes ein bisschen rückenwind sollte ok sein also werden wir 26 links und rechts für ankünfte und auch für abflüge nutzen ja ich denke mal legen einfach mal los oder wir haben ja eine schöne neue kamera perspektiven und fliegen wir doch gleich mal zu einem 380 hin machen wir erst mal erkennen er kann er vor 7 pushback geprüft x-pack runway 26 left bravo dann geht das schon gut los stürzt schon gleich mein ads ab aber kein problem ist ja nicht wie bei armeltern jetzt schon gut los stürzt schon gleich mein ads ab aber kein problem ist ja nicht wie bei armeltern ja lufthansa 46 super pushback geprüft x-pack runway 26 right auf die andere seite und da sehen wir dann auch den großen ich denke mal das sieht schon mal nicht verkehrt ok aber leider müssen wir jetzt wieder woanders sind wir haben reichlich abflüge wie ihr seht united 195 heavy pushback geprüft x-pack runway 26 left bravo ist natürlich blöd dass wir den lufthansa den lufthansa 480 natürlich nicht zurücksetzen können wenn der 380 erst mal zurücksetzt wo er reichlich united hier zwei united flüge herkennende ich glaube das wird wohl einen zusammenstoß geben hier ja das ist eben halt einer münchen war eben halt einer der früheren flughäfen und leider sind hier doch ein haufen fehler gemacht worden die nicht so richtig beglichen worden sind das ist wirklich sehr sehr schade ja das gehört eben halt dazu dass auf der rückseite hier eigentlich nicht so riesige flugzeuge stehen sollten also somit jagt er hier natürlich dann einfach mal so quer durch das ist natürlich schade aber solche sachen werden sich verändern irgendwann mal nächste version kommt er dann in vier fünf bis dreißig jahren mal raus nein glaube ich nicht klm 174 continue taxi so wie sieht es hier aus mit unserem super aha jetzt sagt er sich langsam ein und drückt ihn dann jetzt auch endlich mal raus sehr schön sondern wir unseren ersten anflug kommt dann auch mal lauter motion und wenn wir zusehen dass wir hier schon mal die ersten rückzeuge siberian airlines 3554 pushback siberian airlines 3554 pushback approved x-back runway 26 right ground 26 right pushback approved siberian airlines 3554 und hier sieht ja hübsch aus oder united 1905 heavy request taxi runway 26 left die sieht ja ganz toll aus ground lufthansa 462 super request taxi runway 26 right lufthansa 462 super continue taxi continue taxi lufthansa 462 super united 195 heavy continue taxi continue taxi united 195 heavy lufthansa 480 heavy pushback approved x-back runway 26 right lufthansa 46 right pushback lufthansa 464 anja na werden auch gleich mal zurückschieben das große a380 muss erstmal raus und dann sollten wir hier gleich da seht ihr das lämpchen an bewegen wir mal reichlich flugzeuge mal richtung aus gang ja ich möchte einfach erstmal alle willkommen heißen die jetzt in den letzten tagen wochen monaten siberian airlines 3554 request taxi runway 26 right mir die stange hier halten und ja vielleicht habt ihr ja auch lust selber mal zu abonnieren und das wäre natürlich natürlich noch viel viel besser dann macht das doch einfach mal siberian airlines 3554 continue taxi continue taxi siberian airlines 3554 loader motion 283 runway 26 left clear to land windows 103 at 5 knots runway 26 left clear to land loader motion 283 muss man natürlich ein bisschen hoffen dass die ankünfte sich so ein bisschen links rechts links rechts verschieben weil sonst haben wir nämlich nachher ein problemchen momentan versuche ich alles so ein bisschen aufzuteilen so dass die wir eine möglichkeit dass wir die möglichkeit haben zuzusehen hier die rauszukriegen sehr gut speedbird kommt auf die rechten seite das gibt uns dann immer so ein paar lücken und so muss es dann ja auch dementsprechend sein lufthansa 2544 pushback approved expect runway 26 left ground 26 left pushback approved lufthansa 2544 ground lufthansa 480 heavy request taxi runway 26 right lufthansa 480 heavy continue taxi continue taxi lufthansa 480 heavy man kann in diesem spiel tatsächlich so ein bisschen es steuern dass die flugzeuge nicht immer an der gleichen landebahn und startbahn kommen dass das ist tatsächlich möglich indem man eben halt auch abflüge dahin schickt dann sagt der algorithmus sofort was das kann ja wohl nicht angehen ihr wollt hier dies und das ne 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 also ja das ist tatsächlich möglich wir haben natürlich nicht so viele möglichkeiten hier es dauert ja immer ewig lange bis die maschinen denn in der lage sind auf die rollbahn auf die startbahn zu rollen die sind so weit zurück guckt euch gerne da an also 345 ich meine wir können ja mal hinfliegen kurz und dann seht ihr da also das stopp schild wäre wohl ein bisschen besser gewesen wenn es hier gewesen wäre so dauert das ja für ewig lange zeiten air canada 847 heavy runway 26 left line up and wait behind next landing aircraft runway 26 left line up and wait behind next landing aircraft air canada 847 heavy das ist eben also die problematik hier lufthansa 2544 request taxi runway 26 left lufthansa 2544 continue taxi continue taxi lufthansa 2544 lufthansa 2474 request pushback lufthansa 2474 pushback approved expect runway 26 left tower euro wings 4068 inbound runway 26 left round 26 left pushback approved lufthansa 2474 loaded emission 283 taxi to terminal via bravo 11 cero 5 exit to terminal via bravo 31 cero 5 checke wurde auf der xse korte weg taxi兩 cero 5 lufthansa 24 Ich will den schon mal ein bisschen ranziehen. Den halte ich dann ein bisschen kürzer gleich, damit wir die Möglichkeit haben, zügig zwei Maschinen hier starten zu können. Die andere Maschine, Malta, kommt jetzt gleich rein. Da ist er. Dann können wir nämlich zusehen, dass wir jetzt hier gleich schnell ein paar Abflüge loslegen können. Ja, also nochmal vielen Dank, dass ihr hier alle abonniert habt. Und falls ihr es bis jetzt noch nicht getan habt, wäre es natürlich super, wenn ihr hier unten den Knopf mal schnell drücken könntet. Air Canada 847 Heavy, Halt Position. So, Halt Position. Air Canada 847 Heavy. Ja, also das war eine tolle Geschichte und wäre natürlich schön, wenn ihr euch da auch beteiligen würdet. Und selber jetzt noch ein bisschen abonnieren würdet. Lufthansa 2474, Continue Taxi. So, wie sieht es aus hier? Bist du von der Startbahn weg. United 195 Heavy, Wind is 104 at 5 knots, Runway 26 left, cleared for takeoff. Und ab dafür. Air Canada 847 Heavy, Runway 26 left, Line up and wait. Runway 26 left, Line up and wait. Air Canada 847 Heavy. Air Malta 306, Taxi to Terminal via Sierra, Sierra 7. Taxi to Terminal via Sierra, Sierra 7. Air Malta 306. So, dann kriegen wir sicherlich noch zwei Maschinen rein. Lufthansa 462 Super, Runway 26 right, Line up and wait, behind next landing aircraft. So, dann kriegen wir den auch gleich weg. Runway 26 right, Line up and wait, behind next landing aircraft. Lufthansa 462 Super. So, dann haben wir noch einen Abflug. Lufthansa 1760, pushback approved, expect Runway 26 left. Ground, 26 left, pushback approved. Lufthansa 1760. Eurowings 4068, Runway 26 left, cleared to land, Wind is 104 at 5 knots. So. Runway 26 left, cleared to land. Eurowings 4068. Air Canada 847 Heavy, Wind is 104 at 5 knots, Runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left, cleared for takeoff. Air Canada 847 Heavy. Lufthansa 2544, Runway 26 left, Line up and wait, behind next landing aircraft. Runway 26 left, Line up and wait, behind next landing aircraft. Lufthansa 2544. United 195 Heavy, Contact Departure. Contact Departure. Good day. United 195 Heavy. So weit, so gut. Aber so wird es wahrscheinlich nicht lange so weiter gehen. Also hoffen wir mal, dass das einigermaßen sich im Rahmen hält. Gucken wir mal Speedbird hier oben an. British Airways. Okay, der ist weg. Lufthansa 462 Super, Wind is 104 at 5 knots, Runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right, cleared for takeoff. Lufthansa 462 Super. Speedbird 950, Taxi to Terminal via Alpha Niner Mike, November 1, Charlie 1. Taxi to Terminal via Alpha Niner Mike, November 1, Charlie 1. Speedbird 950. Lufthansa 1760, continue taxi. Tower, Hanselin 2413 inbound, Runway 26 right. Unable taxi, will advise when ready, Lufthansa 1760. Ground, Lufthansa 1760, request taxi Runway 26 left. Hanselin 2368, pushback approved, expect Runway 26 left. Ground, 26 left, pushback approved, Hanselin 2368. Lufthansa 480, heavy, Runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right, line up and wait, Lufthansa 480, heavy. Lufthansa 1760, continue taxi. Continue taxi, Lufthansa 1760. Hey, Canada 847, heavy, contact departure. Ground, Hanselin 2178, request pushback. Contact departure, good day. Air Canada 847, heavy. KLM 17904, Runway 26 left, line up and wait. Runway 26 left, line up and wait. KLM 17904. Air Portugal 552, Runway 26 left, clear to land, wind is 105 at 5 knots. So, wir ziehen jetzt die beiden Lufthansa und KLM, die beiden hier vorne. Die ziehe ich jetzt ein bisschen nach vorne ran. Und dann warten wir, bis Air Portugal gelandet ist. Und dann haben wir reichlich Platz. Lufthansa 480, heavy, wind is 105 at 5 knots, Runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right, cleared for takeoff. Lufthansa 480, heavy. Lufthansa 2544, hold position. Hold position, Lufthansa 2544. KLM 17904, hold position. Ground, Lufthansa 1756, request pushback. Hold position, Lufthansa 2544. Pushback approved, expect runway 26 left, at Bravo 13. Pushback approved, Hans Allen 2178. Siberian Airlines 3554, wind is 105 at 5 knots, Runway 26 right, cleared for takeoff. Den kann man ja auch noch loswerden. Hans Allen 2285, inbound, Runway 26 right. Hero Wings 4068, taxi to terminal via Bravo 8, Sierra, Sierra 5. Runway 26 right, cleared for takeoff. Siberian Airlines 3554. Lufthansa 462 Super, contact departure. Taxi to terminal via Bravo 8, Sierra, Sierra 5. Euro Wings 4068. Contact departure, good day. Lufthansa 462 Super. So, wie sieht das mit dem Hansa Line aus? Hat der genug Platz hier gehabt zum rausdrücken? Der hängt da noch fest. Das ist eben halt... ...hanser 105, request pushback. Das ist wegen dem hier. Der will nämlich jetzt auch raus. Und jetzt bewegt er sich leider nicht mehr. Hansa Line 2368, continue taxi. Hoffen, dass wir da... Ja, den werden wir wahrscheinlich gleich löschen dürfen. Hurra. Echt blöd. KLM 1794, Runway 26 left, line up and wait. Runway 26 left, line up and wait. KLM 1794. Lufthansa 480 Heavy, contact departure. Guck mal, München im Hintergrund, der Flughafen. Das sieht ja klasse aus, oder? Ähm... Ja, was haben wir denn hier noch? Lufthansa kommt gleich rein. Die andere kann sich nicht mehr bewegen. Yuppidu. Ground, Hansa Line 2178, request taxi, Runway 26 left. Hansa Line 2178, continue taxi. Ja, es ist eben halt genau das jetzt eingetreten... Continue taxi, Hansa Line 2178. ...was man sich dann schon irgendwie so gedacht hat, dass das eben halt nicht funktionieren wird. Die ganze Zeit sind wir so weit entfernt vom Flughafen hier. Also mal kurz die Kamera ausschalten, damit wir mal wieder uns ranzoomen können. Dass wir mal wieder ein bisschen... ...dauernden. So, was haben wir denn jetzt hier, ne? Wird sich hier nichts mehr bewegt, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich... Oh doch, oh, da tut sich noch was. Ach, vielleicht muss er noch mal nachtanken. Unglaublich. KLM 1794, Wind is 105 at 5 knots. Runway 26 left cleared for takeoff. Runway 26 left cleared for takeoff. KLM 1794. Hansa Line 2413, Runway 26 right cleared to land. Wind is 105 at 5 knots. Runway 26 right cleared to land. Hansa Line 2413. Air Portugal 552, taxi to Terminal. Via Bravo 8, Sierra, Sierra 7. Taxi to Terminal via Bravo 8, Sierra, Sierra 7. Air Portugal 552. Siberian Airlines 3554, Kontakt Departure. Ground. Hansa Line 2368, request taxi Runway 26 left. Lufthansa 2544, Wind is 105 at 5 knots. Runway 26 left cleared for takeoff. Kontakt Departure. Goodbye. Siberian Airlines 3554. Hansa Line 2368, continue taxi. Das hat ja dann doch noch geklappt. Runway 26 left cleared for takeoff. Lufthansa 2544. Da war noch mal ein bisschen Schweinchen gehaut. Hansa Line 2368. Hansa Line 2285, Runway 26 right cleared to land. Wind is 105 at 6 knots. Runway 26 right cleared to land. Hansa Line 2285. Lufthansa 1756, pushback approved. Expect Runway 26 left at Bravo 13. Ground. 26 left at Bravo 13, pushback approved. Lufthansa 1756. So, was haben wir hier? British Airways fährt jetzt hier neben Alitalia rein. Hier können wir Alitalia auch gleich dann rausdrücken, nicht wahr? KLM 1794, Kontakt Departure. Kontakt Departure. Goodbye. KLM 1794. Lufthansa 2544, Wind is 106 at 6 knots. Runway 26 left cleared for takeoff. Runway 26 left cleared for takeoff. Lufthansa 2474. Wenn wir den auch gleich abfrühstücken. China 9062 heavy, request pushback. Alitalia 437, pushback approved. Expect Runway 26 right. Tower. Ice Air 532 heavy inbound. Runway 26 right. Air China 9062 heavy, pushback approved. Expect Runway 26 right. Ground. 26 right, pushback approved. Alitalia 437. Hanseline 2413, Taxi to Terminal via November 3. Ground. 26 right, pushback approved. Air China 9062 heavy. Taxi to Terminal via November 3. Hanseline 2413. So, was haben wir hier, Lufthansa? Was ist jetzt schon wieder irgendwie ein Problemchen? Ist das hier die gleiche Ecke wieder, ne? Na? Aha. Also das ist so eine Fernbedienung, ähm, zurückdrücken. Aber ist okay. Wie gesagt, ist München halt, ne? Lufthansa 2544, contact departure. Contact departure. Good day. Lufthansa 2544. Ground. So viel davor. Hanseline 2342, request pushback. Hanseline 2342, pushback approved. Expect Runway 26 left. Dann müssen wir den leider auch hier unten runterziehen, weil der andere von da oben, der von da oben kommt, der hier runter. Aber momentan bewegt er sich gar nicht. Hanseline 2413, continue taxi. Können wir da ein bisschen Bewegung kriegen? Oder so ein bisschen anschubsen? Wie schaut's denn aus? Na bitte, geht doch. Du musst doch nicht immer schimpfen. Vueling 6820, Runway 26 left, clear to land, Wind is 106 at 6 knots. Runway 26 left, clear to land. Vueling 6820. Lufthansa 1760, Runway 26 left, line up and wait, behind next landing aircraft. Runway 26 left, line up and wait, behind next landing aircraft. Lufthansa 1760, Ground, here China 9062 heavy, request taxi Runway 26 right. Air China 9062 heavy, continue taxi. Ground, United 107 heavy, request pushback. United 107 heavy, pushback approved, expect Runway 26 right. Continue taxi, here China 9062 heavy. Ground, 26 right, pushback approved. United 107 heavy. Hanseline 2285, taxi to terminal via Alpha 9 and November 3. Lufthansa 2474, Contact Departure. Contact Departure, good day, Lufthansa 2474. So, jetzt musst du nur noch hoffen, dass Air China ein Ticken schneller ist als Hanseline, also die kleine Lufthansa City. Hanseline 2178, Runway 26 left, line up and wait. So, das gleiche Spielchen wieder, ein bisschen anziehen, die beiden. Also Hanseline ist definitiv sehr viel schneller. Hanseline 2413, hold position. Hanseline 2413, hold position. Ist ja so schnell unterwegs. Der wird ja hier unseren Air China wegdrücken, das wollen wir ja mal lieber nicht, ne? Ice Air 5, 3, 2, heavy. Runway 26 right, clear to land, Windows 106 at 6 knots. Runway 26 right, clear to land. Ice Air 5, 3, 2, heavy. Alitalia 437, continue taxi. Das wird wohl nicht klappen. Continue taxi, Alitalia 437. Da haben wir Glück gehabt. Lufthansa 1756, continue taxi. Ground, United 107 heavy, request taxi, Runway 26 right. Hanseline 2413, continue taxi. Continue taxi, Lufthansa 1756. Hanseline 2342, continue taxi. Continue taxi, Hanseline 2413. Continue taxi, Hanseline 2342. Hanseline 2178, Windows 106 at 6 knots, Runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left, cleared for takeoff. Hanseline 2178. Ground, Lufthansa 2416, request pushback. United 107 heavy, continue taxi. Tower, Lufthansa 2035, inbound runway 26 right. Viewing 6820, taxi to terminal via Bravo 11 Sierra 5. Continue taxi, United 107 heavy. Taxi to terminal via Bravo 11 Sierra 5, Viewing 6820. So, dann warten wir mit der Lufthansa, die kommen ja noch hinter ihm hier, der Lufthansa 2416. Und warten wir dann noch ein kleines bisschen. Noch ein bisschen mehr Platz dann, ne? Saudia 6658, pushback approved. Oh, wait a minute, das ist Russia 6658, pushback approved. Expect runway 26 right. Russia. Route 26 right, pushback approved. Russia 6658. So, das bewegt sich alles, vernünftigen Bahn. Lufthansa 1760, Windows 107 at 6 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left, cleared for takeoff. Lufthansa 1760. Ground, Lufthansa 2184, request pushback. Lufthansa 2184, pushback approved. Expect runway 26 right. Ground, 26 right, pushback approved. Lufthansa 2184. Lufthansa 205, pushback approved. Expect runway 26 left at Bravo 13. Ground, 26 left at Bravo 13, pushback approved. Lufthansa 105. Aeroflot 2332, runway 26 left, cleared to land. Wind is 107 at 6 knots. Runway 26 left, cleared to land. Aeroflot 2332. Anza line 2368, runway 26 left, line up in wait. Wait behind next landing aircraft. Runway 26 left, line up in wait behind next landing aircraft. Anza line 2368. Anza line 2178, contact departure. Ground, Russia 6658, request taxi runway 26 right. Russia 6658, continue taxi. Contact departure. Good day, Anza line 2178. Continue taxi. Russia 6658. Ground, Iberia 3191, request pushback. Iberia 3191, pushback approved. Expect runway 26 left at Bravo 13. Ground, 26 left at Bravo 13, pushback approved. Iberia 3191. Aeroflot 232, heavy taxi to terminal via Alpha 9, Mike, November 1, Charlie 1. Aeroflot 232, heavy taxi to terminal via Alpha 9, Mike, November 1, Charlie 1. Ice Air 5, treat too heavy. Ähm, wo bewegt sich was? Ground, Lufthansa 105, request taxi runway 26 left. Lufthansa 2416, pushback approved. Expect runway 26 right. Ground, 26 right pushback approved. Lufthansa 2416. Lufthansa 1760, contact departure. Ground, Lufthansa 2184, request taxi runway 26 right. Lufthansa 105, continue taxi. Contact departure, goodbye, Lufthansa 1760. Continue taxi, Lufthansa 105. Ground, Beurings 1786, request pushback. Lufthansa 2184, continue taxi. Continue taxi, Lufthansa 2184. Lufthansa 1756, runway 26 left, line up and wait. We'll schnell wieder zwei Stück stark. Lufthansa 1756. Eurowings 1786, pushback approved. Expect runway 26 left at Bravo 13. Ground, 26 left at Bravo 13, pushback approved. Eurowings 1786. Air China 9062 heavy, runway 26 right, line up and wait. Behind next landing aircraft. Ground, Iberia 31901, request taxi runway 26 left. Iberia 31901, continue taxi. Runway 26 right, line up and wait. Behind next landing aircraft. Air China 9062 heavy. Hansa line 2368, hold position. Continue taxi, Iberia 31901. Hold position, Hansa lean 2368. Lufthansa 1756, wind is 107 at six knots. Runway 26 left, cleared for takeoff. Ground, Singapore 327 heavy, request pushback. Runway 26 left, cleared for takeoff. Lufthansa 1756. Airflow 2332, taxi to the terminal via Bravo 8, Sierra, Sierra 5. Ground, Lufthansa 2416, request taxi runway 26 right. Taxi to terminal via Bravo 8, Sierra, Sierra 5. Aeroflop 2332. Lufthansa 2035, runway 26 right, cleared to land. Wind is 107 at six knots. Tower, Lufthansa 415 heavy, inbound runway 26 right. Hansa line 2368, runway 26 left, line up and wait. Runway 26 right, cleared to land. Lufthansa 2035. Singapore 327 heavy, pushback approved. Expect runway 26 left at Bravo 13. Runway 26 left, line up and wait. Hansa lean 2368. Lufthansa 2416, continue taxi. Ground, 26 left at Bravo 13, pushback approved. Singapore 327 heavy. Continue taxi, Lufthansa 2416. Hansa line 2342, runway 26 left, line up and wait. Ground, Eurowings 1786, request taxi runway 26 left. Eurowings 1786, continue taxi. Runway 26 left, line up and wait. Hansa lean 2342. Hansa line 2368, wind is 107 at six knots. Runway 26 left, cleared for takeoff. Wir haben ein kleines Loch in den Ankünften. Das werden wir natürlich gnadenlos ausnutzen. Ground, Lufthansa 742 heavy, request pushback. Lufthansa 742 heavy, pushback approved. Expect runway 26 right at Alpha 13. Ground, 26 right at Alpha 13, pushback approved. Lufthansa 742 heavy. Lufthansa 1756, contact departure. Contact departure, good day, Lufthansa 1756. Ground, Singapore 327 heavy, request taxi runway 26 left. Singapore 327 heavy, continue taxi. Continue taxi, Singapore 327 heavy. Lufthansa 2035, continue taxi. Lufthansa 2035, taxi to terminal. Via Alpha 9, Delta 3, Delta 3. Continue taxi, Lufthansa 2035. Taxi to terminal via Alpha 9, Delta 3, Lufthansa 2035. Air China's 962 heavy, wind is 108 at six knots. Runway 26 right, cleared for takeoff. Tower, rolling 3, 840 inbound, runway 26 right. United 107 heavy, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right, cleared for takeoff. Air China 9 or 62 heavy. Hansoline 2342, wind is 108 at six knots. Runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 right, line up and wait. United 107 heavy. Lufthansa 105, wind is 108 at six knots. Runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left, cleared for takeoff. Hansoline 2342. Runway 26 left, cleared for takeoff. Lufthansa 105. Ground, Sunturk 1020, request pushback. So, was ist los hier, Lufthansa? Kriegen wir hier noch ein bisschen Bewegung oder müssen wir noch eine Pizza bestellen oder was? Sunturk, irgendwann mal ein Eis her, wo bist du hin? Da vorne. Sunturk 1020 pushback approved, Dixby, runway 26 right at Alpha 13. Ground, 26 right at Alpha 13 pushback approved. Sunturk 1020. Hansoline 2368, contact departure. Contact departure, goodbye. Hansoline 2368. Lufthansa 415 heavy, runway 26 right, cleared to land, Windows 108 at six knots. Runway 26 right, cleared to land, Lufthansa 415 heavy. United 107 heavy, Windows 108 at six knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right, cleared for takeoff. United 107 heavy. Ja, da sind wir noch am dran arbeiten, dass wir das ein bisschen vorsichtiger machen. Tower, Scandinavian 4759 inbound, runway 26 left. Iberia 3191, hall position. Ground, Lufthansa 742 heavy, request taxi, runway 26 right. Lufthansa 742 heavy, continue taxi. Hold position, Iberia 3191. Hansoline 2342, contact departure. Continue taxi, Lufthansa 742 heavy. Air China 9062 heavy, contact departure. Contact departure, good day. Hansoline 2342. Alitalia 437, runway 26 right, line up and wait behind, next landing aircraft. Contact departure, good day. Air China 9062 heavy. Iberia 3191, continue taxi. Runway 26 right, line up and wait behind, next landing aircraft. Alitalia 437. Eurowings 25902 heavy, pushback approved, expect runway 26 right. Continue taxi, Iberia 3191. Unable pushback, will advise when ready, Eurowings 25902 heavy. Excuse me. Ground, Eurowings 25902 heavy, request pushback. Eurowings 25902 heavy, pushback approved, expect runway 26 right. Ground, Sunkirk 1020 request taxi, runway 26 right. Ground, 26 right, pushback approved. Eurowings 25902 heavy. So. Ground, Lufthansa 2304 request pushback. Lufthansa 2304, pushback approved, expect runway 26 left. Ground, 26 left, pushback approved. Lufthansa 2304. United 107 heavy, contact departure. Lufthansa 105, contact departure. Contact departure, good day. United 107 heavy. Singapore 327 heavy, runway 26 left, cleared for takeoff. Contact departure, good day. Lufthansa 105. Runway 26 left, cleared for takeoff. Singapore 327 heavy. Suntirk 1020, continue taxi. Continue taxi, Suntirk 1020. So, wie sieht das hier, Skandinavien, ist auch noch ziemlich weit draußen. Iberia, wie sieht's bei dir aus? Iberia 3191, runway 26 left, line up and wait. Den kriegen wir auch noch raus. Da kennen wir nix. So, Lufthansa, runter von der Start- und Landebahn da. Wir brauchen Platz. So, abbiegen. Ein bisschen Gas geben. Da kommt Viewling nämlich rein. Uns fehlen nämlich langsam ein paar Meter. Alitalia 437, wind is 108 at 6 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right, cleared for takeoff. Alitalia 437. Lufthansa 2184, runway 26 right, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 26 right, line up and wait behind next landing aircraft. Lufthansa 2184. Viewling 3840, runway 26 right, cleared to land, wind is 108 at 6 knots. Runway 26 right, cleared to land, bowling 3840. Lufthansa 415, heavy, taxi to terminal. Taxi to terminal, Lufthansa 415, heavy. Eurowings 25902, heavy, continue taxi. Continue taxi, Eurowings 25902, heavy. So. Ground, Lufthansa 2304, request taxi runway 26 left. Iberia 31901, wind is 109 at 6 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left, cleared for takeoff. Iberia 31901. Alitalia 437, contact departure. Contact departure, goodbye. Alitalia 437. Eurowings 1786, runway 26 left, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 26 left, line up and wait behind next landing aircraft. Eurowings 1786. Lufthansa 2304, continue taxi. Continue taxi, Lufthansa 2304. Scandinavian 4759, runway 26 left, cleared to land, wind is 109 at 6 knots. Runway 26 left, cleared to land. Scandinavian 4759, Singapore 327, heavy, contact departure. Contact departure, goodbye. Singapore 327, heavy. Air China 828, heavy, pushback approved, expect runway 26 left. Ground, Lufthansa 1690, request pushback. Lufthansa 1690, pushback approved, expect runway 26 right. Ground, 26 left, pushback approved. Air China 828, heavy. Iberia 31901, contact departure. Ground, 26 right, pushback approved. Lufthansa 1690. View link 3840, taxi to terminal via Alpha 9, Mike, November 1. Contact departure, good day. Iberia 31901. Lufthansa 2184, wind is 109 at 6 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Taxi to terminal via Alpha 9, Mike, November 1, Roland 3840. Russia 6658, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right, cleared for takeoff. Lufthansa 2184. Quatari 57 heavy, runway 26 left, cleared to land, wind is 109 at 6 knots. Runway 26 right, line up and wait. Russia 6658. Runway 26 left, cleared to land. Quatari 57 heavy. Tower, Lufthansa 2303 inbound, runway 26 right. Ground, Hanselin 2146, request pushback. Hanselin 2146, pushback approved. Expect runway 26 left. So, Eurowings. Eurowings habe ich schon Bescheid gesagt, dass es da so hin soll. Ich ziehe ihn nur ein bisschen vor, bevor Quatari dann durch ist. Und dann haben wir reichlich Zeit. Ground, Lufthansa 1690, request taxi, runway 26 right. Russia 6658, wind is 109 at 6 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right, cleared for takeoff. Russia 6658. Lufthansa 2416, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right, line up and wait. Lufthansa 2416. Eurowings 1786, hold position. Hold position, Eurowings 1786. Lufthansa 2184, contact departure. Contact departure, good day. Lufthansa 2184. Ground, Air China 828 heavy, request taxi, runway 26 left. Air China 828 heavy, continue taxi. Continue taxi, Air China 828 heavy. Scandinavian 4759, taxi to the terminal via Bravo 8 Sierra, Sierra 7. Tower, Emirates 49er, super inbound, runway 26 left. Taxi to the terminal via Bravo 8 Sierra, Sierra 7. Scandinavian 4759. So, was ist los hier, Hanserlein? Haben wir auch noch ein kleines Schläfchen, oder wie? Lufthansa 1690, continue taxi. Continue taxi, Lufthansa 1690. Lufthansa 2416, wind is 109 at 7 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right, cleared for takeoff. Lufthansa 2416. Lufthansa 742 heavy, runway 26 right, line up and wait. Runway 26 right, line up and wait. Lufthansa 742 heavy. So, wie schaut's aus, jetzt müsste der unten gleich kommen. Ground, Lufthansa 410 heavy, request pushback. Lufthansa 410 heavy, pushback approved, expect runway 26 right. Ground, 26 right, pushback approved, Lufthansa 410 heavy. Lufthansa 1786, runway 26 left, line up and wait. Runway 26 left, line up and wait. Lufthansa 2786. Russia 6658, contact departure. Contact departure, good day, Russia 6658. Lufthansa 2304, runway 26 left, line up and wait. Das sollte gut hinkommen mit der Diagonale. Runway 26 left, line up and wait. Lufthansa 2304. Lufthansa 2303, runway 26 right, cleared for land, wind is 109 at 7 knots. Ground, Hansaline 2146, request taxi, runway 26 left. Hansaline 2146, continue taxi. Runway 26 right, cleared for land. Lufthansa 2303. Lufthansa 2416, contact departure. Continue taxi. Lufthansa 742 heavy, wind is 110 at 7 knots. Runway 26 right, cleared for takeoff. Contact departure. Bisschen gepennt. Lufthansa 2416. Ich hoffe, das ist noch lang. Es ist ein heavy. Lufthansa 742 heavy. Könnte ein bisschen eng werden. Sonia 175 heavy, inbound runway 26 left. Tower, load a motion 284, request pushback. Quattari 57 heavy, taxi to the terminal of here. Bravo 8, Sierra, Sierra 7. Taxi to terminal by Bravo 8, Sierra, Sierra 7. Tower, 57 heavy. Eurowings 1786, wind is 110 at 7 knots. Runway 26 left, cleared for takeoff. Ooh, jetzt habe ich mein kleines Löchlinge gebaut. Lufthansa 410 heavy. Könnte jetzt mal langsam loslegen. Also jetzt muss ich ein bisschen Gas geben hier mal. Load a motion 284, pushback approved. Expect runway 26 left at Bravo 13. Emirates 49er Super, runway 26 left, cleared to land. Wind is 110 at 7 knots. Runway 26 left, cleared to land. Okay, das hat schon mal geklappt da oben. Der ist schon in der Luft. Das war also knapp, aber es hat geklappt. Und hier unten müsste das auch einigermaßen klappen, weil es unten ja ein bisschen weiter versetzt ist. Lufthansa 2304, wind is 110 at 7 knots. Runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left, cleared for takeoff. Luftthansa 2304. Air China 828 heavy. Runway 26 left, line up in weight. Behind next landing aircraft. Ground, Lufthansa 410 heavy, request taxi runway 26 right. Lufthansa 742 heavy, contact departure. Runway 26 left, line up in weight. Behind next landing aircraft. Air China 828 heavy. Eurowings 1786, contact departure. Contact departure, good day. Lufthansa 742 heavy. SunTrack 1020, wind is 110 at 7 knots. Runway 26 right, cleared for takeoff. Contact departure, good day. Eurowings 1786. Runway 26 right, cleared for takeoff. SunTrack 1020. Lufthansa 410 heavy, continue taxi. Tower, Luhuda motion 284, request taxi runway 26 left. Luhuda motion 284, continue taxi. Continue taxi, Lufthansa 410 heavy. Continue taxi, Luhuda motion 284. Tower, Luhuda motion 284. Tower, Luhuda 2065, inbound runway 26 right. Tower, Lufthansa 2303, taxi to terminal. Taxi to terminal, Lufthansa 2303. Eurowings 259, heavy heavy, runway 26 right, line up in weight. Runway 26 right, line up in weight. Eurowings 259, heavy heavy. Contact departure, good day. Lufthansa 2304. Saudia 175 heavy, runway 26 left, cleared to land. Wind is 110 at 7 knots. Runway 26 left, cleared to land. Saudia 175 heavy. Emirates kommt rein. Gucken wir uns noch mal Emirates so ein bisschen an, wenn wir das Terminal, den Terminal so im Hintergrund haben. Ich hoffe, das gefällt euch. Sunturk 1020, contact departure. Contact departure, good day. Sunturk 1020. Eurowings 259, heavy, wind is 110. Euro at 7 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Runway 26 right, cleared for takeoff. Eurowings 259, heavy heavy. Air China 828, heavy, hold position. Hold position. Air China 828, heavy. So. Das sieht doch schick aus, oder? Jungs und Mädels. Sobald Saudi ja gelandet ist, haben wir wieder Platz. Und jetzt die nächsten beiden los zu starten. Guter Rhythmus hier. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Lufthansa 435 heavy. Inbound runway 26 right. Emirates 49er Super. Taxi to Terminal. Taxi to Terminal. Emirates 49er Super. So, gucken wir, ob wir Lufthansa 1690 oben rechts, ob wir den noch zum Starten kriegen. Vor Lufthansa 2065. Zehn Meilen noch raus. Vielleicht nicht ganz. Acht Meilen. Ich denke mal, vielleicht sollten wir doch ein bisschen geduldig sein. Aber wir kriegen die anderen beiden locker raus. Auch lauter Motion kriegen wir raus, weil jetzt die nächsten beiden Landungen sind auf der rechten Seite. Also oben. Mit Chunks. Mit Chunks. Lufthansa 1690, Wind ist 110 at 7 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Ich glaube, den kriegen wir noch weg, wa? Runway 26 right, cleared for takeoff. Lufthansa 1690. Und da ist ja noch einige Meilen entfernt. Wenn er gleich um die Ecke geht und loslegt. Eurowings 259er too heavy, Contact Departure. Eurowings 259er too heavy, Air China 828 heavy, Runway 26 left, line up and wait. Runway 26 left, line up and wait. Air China 828 heavy. So, das sieht doch gut aus. Lufthansa 2065, Runway 26 right, cleared for land, Wind is 111 at 7 knots. Runway 26 right, cleared for land, Lufthansa 2065. So, dann nehmen wir den jetzt raus. Dann machen wir die nächsten drei Abflüge. Und es sieht doch schon fast aus, als ob wir schon die letzten Abflüge haben hier. Also, ja, oh, das ist ja fantastisch. Oben Lufthansa 1690. Könnt ihr hier oben sehen. Wird es also locker schaffen. Andere ist gerade an der 5-Meilen-Marke. Also 9 Kilometer außerhalb. Saudia 175 heavy, taxi to Terminal via Bravo 8, Sierra Sierra 5. Taxi to Terminal via Bravo 8, Sierra Sierra 5. Saudia 175 heavy. Hansaline 2146, Runway 26 left, line up and wait. Runway 26 left, line up and wait. Hansaline 2146. Air China 828 heavy, Wind is 111 at 7 knots. Runway 26 left, cleared for takeoff. Tower, Andy Hunt 3 heavy, inbound Runway 26 left. Runway 26 left, cleared for takeoff. Air China 828 heavy. Super. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Ein bisschen was aus der Heimat. Lufthansa 1690, Contact Departure. Contact Departure. Goodbye, Lufthansa 1690. Hansaline kommt rein. Das ist schon mal gut. Hier kann der auch gleich starten. Nicht zu weit gehen. Wenn wir außerhalb sind, dann kriegen wir den nicht mehr zurück. Da müssen wir uns auch noch ein paar Ankünfte. Könnte es schon fast das Ende sein, liebe Leute. Time flies when you're having fun. Lufthansa 410 heavy, Runway 26 right, line up and wait, behind next landing aircraft. So, da natürlich ein bisschen aufpassen, nicht, dass er den jetzt hier gerade gesehen hat, ne? Hansaline 2146, Wind is 111 at 7 knots, Runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left, cleared for takeoff. Hansaline 2146. Lauter Motion 284, Runway 26 left, line up and wait. Also wir haben mit lauter Motion angefangen, mit lauter Motion. Hören wir auf, wie es aussieht. So, Lufthansa, gucken wir uns dich mal genauer an, ob du nämlich anhältst oder nicht. Hältst du an oder auch nicht? Braver Junge. So wollen wir das sehen. Klasse. Mal sehen, können wir die andere Lufthansa da hinten schon sehen? Gucken wir mal. Ähm, ne. Können wir noch nicht sehen. Aber der kommt da gleich. Lufthansa 435 heavy, Runway 26 right, clear to land, Windows 111 at 7 knots. Tower, Condor 2153 heavy, inbound Runway 26 left. China 828 heavy, Contact departure. Runway 26 right, cleared to land, Lufthansa 435 heavy. Lufthansa 2065, Taxi to Terminal. Contact departure, good day, Air China 828 heavy. Lauter Motion 284, Runway 26 left, cleared for takeoff. Taxi to Terminal, Lufthansa 2065. Runway 26 left, cleared for takeoff, Lauter Motion 284. So, dann haben wir es ja bald geschafft, oder? Condor kommt noch rein. Auf der linken Seite. Also sollten wir das ja auch noch ganz gut hinkriegen. Hansa, Line 2146, Contact departure. Contact departure, good day, Hansa, Line 2146. Eddie hat 3, Runway 26 left, clear to land, Windows 111 at 7 knots. Unable to comply, Eddie hat 3 heavy. Eddie hat 3 heavy, Runway 26 left, cleared to land, Windows 111 at 7 knots. So, das sieht doch besser aus. Runway 26 left, cleared to land, Eddie hat 3 heavy. So, Lufthansa kann sich dann jetzt auch dann einreihen. Ja, und dann haben wir noch Condor. Und dann war es das, oder? Was haltet ihr davon, wenn wir das Ganze ein bisschen beschleunigen? Umso schneller dürft ihr zu Bett. Mal sehen, wo der Lufthansa 435 hingeht. Biegt er ab? Oh, da fährt er noch ein Stückchen weiter. Oh. So, da ist er. Fährt natürlich ein Stückchen weiter. Load a motion 284, Contact departure. Oh, kommt noch ein Eurowings rein. Contact departure, goodbye. Load a motion 284. Tower, Eurowings 8172, inbound, Runway 26 left. Lufthansa 410, heavy, Windows 112 at 7 knots, Runway 26 right, cleared for takeoff. Habe ich irgendwie eine Strafe bekommen, oder sowas? Runway 26 right, cleared for takeoff. Lufthansa 410, heavy. Lufthansa 410, heavy. Und 51, 52. Also jetzt kommt der... Die beiden sind ja noch nicht gelandet. 53, 54. Hier kommt noch eine Ankunft. Müssen wir gleich mal zusammenzählen. Lufthansa 435, heavy, taxi to terminal. Taxi to terminal, Lufthansa 435, heavy. Condor 2153, Runway 26 left, clear to land, wind is 112 at 7 knots. Unable to comply. Condor 2153, Runway 26 left, clear to land, wind is 112 at 7 knots. Oh, Turkish kommt auch noch ein. Runway 26 left, clear to land. Condor 2153, heavy. Eddie hat 3, heavy, taxi to terminal via Bravo 8, Sierra, Sierra 7. Tower, Turkish 163, tree heavy, inbound, Runway 26 left. Taxi to terminal via Bravo 8, Sierra, Sierra 7. Eddie hat 3, heavy. Lufthansa 410, heavy, contact departure. Contact departure. Goodbye, Lufthansa 410, heavy. Euro wings 8172, Runway 26 left, clear to land, wind is 112 at 7 knots. Runway 26 left, clear to land, Euro wings 8172. So, dann haben wir ja nur noch den Türkisch, der dann reinkommt. Türkisch ist ein Flug 56. Könnt ihr hier unten sehen, immer so die Anzahl, das geht immer so weiter. 56. Und am Ende sollten wir bei 560 sein, was dann ja auch Sinn machen würde. Condor 2153, heavy, taxi to terminal via Bravo 8, Sierra, Sierra 6, Charlie 4. Taxi to terminal via Bravo 8, Sierra, Sierra 6, Charlie 4. Condor 2153, heavy. Turkish 163, tree heavy, Runway 26 left, clear to land, wind is 113 at 7 knots. Ich hätte aber schwören können, was ist... Runway 26 left, clear to land, Turkish 163, tree heavy. Ich dachte, das wären mehr... ...mehr Ankünfte gewesen. Also, ne, insgesamt, dass es, glaube ich, über 60 gewesen wäre, aber irgendwie wundere ich. Eurowings 8172, taxi to terminal. Taxi to terminal, Eurowings 8172. Man lernt ja nie aus, ne? So, Türkisch kommt dann rein, ist ja der Letzte. Und dann haben wir das mal wieder geschafft. Für eine weitere... Für einen weiteren Moment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre natürlich klasse, wenn neben so wäre. Und ihr würdet dann diesen Kanal abonnieren, dann würde ich mich da sehr darüber freuen. Turkish 163, tree heavy, Taxi to terminal. Und ihr könnt gerne einen Kommentar unten lassen, wie es euch gefallen hat. Oder ob es da irgendwas gibt, was euch nicht gefallen hat. Dann schreibt es auch rein. Solltet ihr allgemeine Fragen haben, schmeißt die am besten auch noch gleich mit rein. Und ja, ansonsten würde ich mal denken, dass wir uns sehr, sehr bald wiedersehen werden. Machen wir die Dinger mal aus hier. Gucken wir uns das gleiche nochmal an. Machen wir Emirates, Saudi-Ahaar und türkisch gleich daneben. Das sieht doch klasse aus. Und dann haben wir es wahrscheinlich auch schon geschafft. Genauso ist es. Wir sind wieder zurück im Tower. Ja, also liebe Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Also, hier war mal wieder eine Präsentation von TP Gaming. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Gute. Habt euch wohl. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.